Wir haben den 22.3. 2022. Jetzt habe ich mir gedacht, wir sind so modig an. Ich glaube, es ist zu spät angekommen. Jetzt sehe ich, dass ich gerade noch einen Storch vorbeifliegen kann. Ich schaue, ob ich ihn von hier aus aufnehmen kann. Jetzt sehen wir ihn dort wieder. Ich mache einen Spaziergang und kann ihn wieder vorne aufnehmen. Das ist ein Amseler-Ski und hier oben. Ich habe früher gearbeitet am Wochenende. Ich war vielleicht 18. Oder früher war ich 16. Ich glaube, in der Saison habe ich gearbeitet. Der Stamm. Der zweite Stein nochmal. Jetzt ist noch eine zweite Anseln herangeflogen. Not całkowitsch. Der ist meistens schon zur Auctioneine. Jetzt sind die Mitte von der Wandenglags. Jetzt hat sie verschont. Das war ein Schamon-Amsal. Ich habe das Gefühl, ich habe einen Backstab zugehört. Ich habe ihn schon noch gesehen. Hölderadistanz Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da vorne sind drei, sechs Stäbe. Da können wir die jetzt doch in die Richtung flogen. Nein, die ganz hinterher. Wir sind jetzt gleich noch erst. Die Fröge der Flöge, die Flöge aus dem Flöge, die Flöge der Flöge, aus dem Flöge der Flöge, der sich vor einfach zu tun, um sich in das Flöge der Flöge zu werden. Und das ist jetzt gut. Drei Folgen Sie mir, wenn ich das Gröge sehr gut bin. Der Storf, den ich vorhin gesehen habe, ist das ein Storf. Der Storf, den Sparganz. Knobbik. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.